Online-Lehre, Präsenzlehre, E-Learning, Blended Learning, Hybride Lehre – die Begrifflichkeiten rund ums Lehren und Lernen sind ziemlich vielfältig. Wenn Sie auch nicht mehr ganz durchblicken, dann hilft Ihnen dieses Video, sich im Labyrinth der Begrifflichkeiten zurechtzufinden. In diesem Video besprechen wir Synchrone und Asynchrone Lehre, Präsenzlehre, Online-Lehre, E-Learning, Blended Learning und Hybride Lehre. Und wir besprechen hinterher, was Sie als Lehrperson mit diesem Wissen anfangen können. Fangen wir an mit dem Begriff Synchron. Synchron steht für gemeinsames Lehren und Lernen zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Aufkommende Fragen können direkt geklärt werden, das aktive Lernen wird gefördert und nicht zuletzt finden Aktivierung und Interaktion statt. Demgegenüber steht der Begriff Asynchron. Das bedeutet frei übersetzt nicht gleichzeitig. Das heißt, wir haben eine räumliche und zeitliche Flexibilität. Lehrende stellen Materialien zur Verfügung und Lernende sind bei der Erarbeitung vorerst auf sich selbst gestellt. Damit wird das Selbstlernen gefördert. Wenn wir uns den Begriff Präsenzlehre anschauen, dann denken wir, das ist doch eigentlich klar. Aber irgendwie doch nicht. Denn wir denken sicher schnell an die physische Präsenz, also zum Beispiel im Hörsaal. Doch dazu kommt heute noch die digitale Präsenz, zum Beispiel in einer Webkonferenz. Dort sind wir Lehrende und Studierende ja auch präsent. Wir hören zu und wir arbeiten zusammen. Das Gemeinsame ist also die soziale Präsenz Präsenz in Folge der Gleichzeitigkeit von Interaktionen mit all ihren damit verbundenen Chancen und Grenzen. Wenn wir es also ganz genau hier nehmen wollen, dann müssen wir die Präsenzlehre also eigentlich differenzieren in reelle und virtuelle Präsenz. Virtuelle Präsenz begegnet uns in der Online-Lehre wieder. Online-Lehre ist also ein Lehr- und Lern-Setting, das komplett online stattfindet. Aber Vorsicht! Online-Lehre kann sowohl reine synchrone als auch reine asynchrone Lehr- und Lern-Settings meinen. Das heißt, Online-Lehre ist weder das genaue Gegenteil noch genau das gleiche wie Präsenzlehre. Kommen wir nun zum sehr bekannten Begriff E-Learning. Das E im E-Learning steht dabei, wie auch bei der E-Mail zum Beispiel, als Abkürzung des Wortes Electronic, also elektronisch. E-Learning ist also Electronic Learning, elektronisches, digitales Lernen. Die meisterin akzeptierte Definition stammt von Professor Michael Keres. Demnach ist E-Learning ein Oberbegriff für alle Varianten der Nutzung digitaler Medien zu Lehr- und Lernzwecken, sei es auf digitalen Datenträgern oder über das Internet, etwa um Wissen zu vermitteln, für den zwischenmenschlichen Austausch oder das gemeinsame Arbeiten an digitalen Artefakten. Zugegeben, diese Definition ist sehr allgemein, aber eine Eingrenzung ist in diesem Bereich auch nicht so einfach. Für den Begriff E-Learning wird in der Literatur keine allgemeingültige Definition, sondern unterschiedliche Termini und Synonyme verwendet. Die hohe Dynamik der sich rasch wandelnden technischen und didaktischen Bedingungen führt dazu, dass gerade erstellte Definitionen im nächsten Augenblick schon wieder veraltet sind. Übrigens, wenn wir die beiden Begriffe Online-Lehre und E-Learning etwas genauer unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, dass sie gar nicht das Gleiche meinen. Im Alltag werden die beiden Begriffe häufig synonym verwendet. Aber eigentlich müssten wir sagen, Online-Lehre ist eine Unterkategorie vom Oberbegriff E-Learning. Denn elektronisches Lernen kann ja auch offline stattfinden, zum Beispiel, wenn die Studierenden Arbeitsmaterialien herunterladen und offline bearbeiten. Oder wenn wir an so Lernsoftware denken, die man auch ohne Netzwerkverbindung offline bearbeiten kann. Dann gibt es noch den Begriff der hybriden Lehre. Dieser Terminus hat sich von allen hier Behandelten am meisten gewandelt in den letzten Jahren. Wer schon früher die Forschung und Praxis zum Lehren und Lernen mit digitalen Technologien verfolgt hat, wird sich erinnern, dass hybride Lehre lange Zeit als Synonym für Blended Learning verwendet wurde. Doch aktuell steht der Begriff hybride Lehre für Lehr- und Lernsettings, die synchron sowohl online als auch vor Ort stattfinden. Das heißt, ein Teil der Studierenden befindet sich in reeller Präsenz, zum Beispiel im Hörsaal mit der Lehrperson, während ein anderer Teil der Studierenden in virtueller Präsenz teilnimmt, also zeitgleich zum Beispiel via Webkonferenz dazu geschaltet ist. Blended Learning ist ein Lern- und Lernsetting, das Präsenzlehre, egal ob virtuell oder reell, mit E-Learning kombiniert bzw. vermischt. Es erfolgen sowohl Phasen, wo sich alle Teilnehmenden in reeller Präsenz treffen, als auch Phasen, die rein online stattfinden. Blended Learning kann genauso eine Kombination von synchronen und asynchronen Phasen bedeuten. Das heißt, hybride Lehre ist ein Beispiel für Blended Learning bzw. eine Unterkategorie. Ein paar andere Beispiele für Blended Learning-Szenarien. Stellen wir uns Lehrperson A vor. Sie gestaltet ihre Lehre in Form eines Inverted Classrooms. Sie stellt Videos mit den Lehrinhalten zum Selbststudium bereit, die in synchronen Sitzungen in reeller Präsenz im Seminarraum besprochen oder vertieft werden. Lehrperson B hingegen trifft sich regelmäßig mit ihren Studierenden zu synchronen Sitzungen in virtueller Präsenz in Zoom. Zwischen den Sitzungen arbeiten die Studierenden in Moodle an asynchron bereitgestellten Lehrmaterialien. Lehrperson C hält ihre Vorlesung synchron in reeller Präsenz im Hörsaal ab. Zusätzlich stellt sie die Skripte in Moodle bereit, sodass die Studierenden diese asynchron nachbereiten können. Außerdem bietet sie optional synchrone Sprechstunden in virtueller Präsenz in Zoom an, um Fragen der Studierenden zur Klausur zu beantworten. Bei all den gezeigten Beispielen handelt es sich um Blended Learning. Ganz wichtig ist, die Reihenfolge, der Wechsel und das Ausmaß zwischen Online- und Präsenzphasen und zwischen synchronen und asynchronen Elementen ist immer individuell. Es gibt kein Patentrezept für einen guten Blend. Entscheidend ist ein didaktisch sinnvoller Einsatz der verschiedenen Möglichkeiten. Denn es ist erst dann ein guter Mix, wenn die einzelnen Anteile durchdacht miteinander kombiniert werden. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wichtige Faktoren bei der Beschreibung von Lehr- und Lernsettings sind der Ort und die Zeit. Lehren und Lernen kann entweder am physikalisch gleichen Ort stattfinden oder an verschiedenen Orten, wenn sich Lernende und Lehrende also an unterschiedlichen Orten befinden. Zugleich können die Lehr- und Lernprozesse zum einen zur gleichen Zeit stattfinden und zum anderen auch zu verschiedenen Zeiten. In dieser nun entstandenen Matrix gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Oben links sind wir im synchronen Bereich, unten rechts bei asynchronen Lehr- und Lernsettings. Hieran sehen wir zum Beispiel auch den besprochenen Unterschied zwischen reeller und virtueller Präsenz. Von E-Learning sprechen wir immer dann, sobald digitale Medien zum Einsatz kommen. Hybride Lehre findet zur gleichen Zeit statt, aber die Studierenden befinden sich teils am gleichen Ort wie die Lehrperson und teils an unterschiedlichen Orten. Und um Blended Learning handelt es sich, sobald mindestens zwei dieser Matrixfelder miteinander kombiniert werden. Aber nochmal zur Erinnerung, es können wenige oder viele Felder miteinander kombiniert werden. Die einzelnen Phasen können unterschiedlich lang sein. All das sagt noch gar nichts darüber aus, ob dieses Lehr- und Lernkonzept didaktisch sinnvoll ist. Wichtig ist, die Rahmenbedingungen, die Learning Outcomes und die Inhalte der Veranstaltung in Betracht zu ziehen und ein individuelles Lehr- und Lernsetting zu gestalten.